Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von God of War. Wir sind hier immer noch dabei, diesen Drachen zu befreien. Das wird noch eine sehr interessante Aufgabe werden. Und jetzt hauen wir erstmal hier ab. Jawohl. Jetzt erklärt sich auch, was das hier ist. Und, äh, können wir hier nochmal aufmachen? Wir können zwar die Festung betreten, aber vielleicht sollten wir noch irgendwie den Drachen befreien. Kann auch sein. Das ist jedenfalls jetzt die Abkürzung. Ich guck mal. Guck mal, da drüben ist noch eine Verbindung. Da. Nee, äh, die muss irgendwo anders sein. Die Frage ist, wo ist die andere Rune? Wir haben erst zwei. Wahrscheinlich haben wir das vollends übersehen. Na gut, wir versuchen mal, ähm, den anderen Weg zu folgen. Wir müssen jetzt nämlich hier rein, ne? Nicht? Oder müssen wir hier nochmal das Ding benutzen? Ach, wir müssen die anderen, äh, drüben Steine hier setzen. Guck mal. Oder? Ach. Klappe zu. Oh, zwei Linie, komm. Da kommen noch mehr. Okay. Die Gegner hier sind stark. Pass also gut auf. Okay, das ging aber, muss ich jetzt mal sagen. So, dann setzen wir die nächste Rune wahrscheinlich. Genau. Da fehlt doch aber nur eine. Oder wir wurden aber immer unterbrochen. Ja, aber ist doch alles schon alt. Hier, Junge. Noch eins. Da, Kadir. Wow. Eine Menge Arme. Das kannst du wohl sagen. Sechs, sieben, acht. Konnte er mit vier Bögen gleichzeitig schießen? Er war schwer, Kampfer. Er hatte ja nur zwei Augen. Thor hat ihn wohl zurecht gestürzt. So etwas tut er. Okay. Acht von elf haben wir schon. Das ist gut. Epischer Zauber. Okay. Der klingt gut. Warte mal, der klingt wirklich gut. Ähm. Äh, das kommt in Rüstung, ne? Nicht? Könnt ihr nur an bestimmten Stellen? Ach, ach, Mensch. Ja, vergesst es. Erhöht die Zuwachsrate von Permafrost oder verbrennen? Naja, aber das ist natürlich jetzt hier. Stärke. Ah, nee. Wenn wir Geld brauchen, können wir die jedenfalls mal verkaufen. Aber bis jetzt, ja. Da habe ich schon wieder was blingen hören. Hm? Hm? Hörst du das? Nein. Was hörst du, Junge? Jammern. Und schreie. Sehr viele Leute. Ach, sind bestimmt bloß alles. Sie werden lauter. Sie klingen fast wie... Heläufer. Oh, Mist. Voll reingerannt. Jetzt seid ihr dran. Hörst du, Junge? Das waren viele Heläufer. Hey, sieh mal hier. Eine Blutspur. Ja, gleich, gleich. Muss erst mal alles... Ups. Was ist das? Geringe Bonusaktion geschaut auf einen Gesundheitsschub bei erfolgreicher Tötung. Und warte mal. Ein Knauf, ja? Gabe der Stärke. Ah, nee. Guck mal. Hm, das, äh... Gesundheitsschub. Ist das dann Heilung? Oh, wir sitzen in der Kammer hier, hä? Hier ist ein Durchgang hinter dem Thron. Ein Geheimgang. Tja, wäre wohl kein richtiger Thronsaal ohne Geheimgang. Hm. 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 Oh. Ist auch noch nicht lange tot, oder? Oh, doch. Pst. Ist ein bisschen vermodert. Hm. 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 Was hat er denn da weggenommen? Schrei der Unschuld in Zorn der Drachen. Interessant. Sollte ich mir aufschreien? Was ist das? Der Zwergenkönig, einer der Söhne Ivaldis. Er herrschte in Wederegard und Konunsgard über die Menschen. Zuerst war er ein guter König, aber dann sah er sein Volk in seinen Träumen sterben. Aus irgendeinem Grund dachte er, wenn er sie auf den Jagd nach Bestien schickt, rettet sie das. Er fing drei Drachen, um ihren Zorn zu sammeln, tötete Unschuldig, um ihre Schreie zu sammeln und wurde dann von ihm getötet, als sie als Hehläufer zurückkehrten. Das schuf das ultimative Opfer. Mit diesen drei Zutaten können wir eine legendäre Rüstung herstellen. Wo geht's hier noch hin? Nirgendwo. Okay. Gut. Wo kommen wir hier raus? Ich will ja noch den Drachen befreien. Was du ihm abgenommen hast. Das müssen die drei mythischen Zutaten sein, die Brock gemeint hat. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich in meinem ganzen Leben keine seltsameren Objekte gesehen habe. Wie sollen Brock und Sindri etwas bauen aus, was immer das ist? Unterschätze nie die Zwerge. Sie sind Mistkerle, aber äußerst geschickt. Sie haben mal aus dem Zahn einer Katze und Vogelspucke eine unzerbrechliche Kette gemacht. Das ergibt doch gar keinen Sinn. So geht die Legit. Von einem abletzten Kopf solltest du keine Fakten erwarten. Oh, was ist das? Warte mal, wir haben derzeit nicht das hier. Okay, ich glaube, da können wir ruhig das hier nehmen. Was macht der? Prometheus Flamme. Wow. Okay. Okay. Schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Achtung. Oh, wir stellen uns mal hier richtig hin. Und jetzt. Geht nicht. Okay. So, ich möchte gerne noch den Drachen befreien. Wenn es möglich ist. Sollte eigentlich möglich sein, den Drachen zu befreien, oder? Ach, herrje. So, wo geht es hier lang? Hier gibt es einen Riss. Warte mal, ich mache mal erst mal das Ding runter. Das geht wieder in den Hauptbereich rein, ne? Nein, hoch. Genau, da sind wir nämlich gestartet. So, dann machen wir uns das Ding hier auf. Genau, das war klar. Boah. Aua. Was? Lass den Jungen in Ruhe. Tja, einer meiner leichtesten Übungen, ja? Die waren schon ein bisschen stärker. Da muss ich meine neidlos eingestehen. Und rein Essenz der Welten. Und Weltenstaub. 13 von 18. Ein perfektes Auge der Welt. 5000 Hacksilber. Und wir haben hier drüben nochmal eine Truhe. Und seltsamerweise Ah, hier. Ich sehe schon. Oh, bitte, ne? Oh, ist das gemein. Ist das gemein. Das ist doch ne Glocke, oder? Das ist ne Glocke. Ach, komm. Oh, komm. Das kommt wieder, ne? Ne, ne, sorry. Sorry. Das, äh... Wird leider nichts für mich. Ah, warte mal. Vielleicht bin ich gerade auch ein bisschen nur zu, ähm... So ein Gestümen. Warte mal. Warte. Okay. Wo ist denn... Wo ist denn die Letzte? Pass auf, weil wir wetten, die Letzte ist hier... im Doppelpack. Ich wusste es. Aber... Ah, ich glaube, das geht so nicht. Ähm... Oh, ja. Na. Horn mit Blutmeet. Sehr gut. Wie es hier wohl in besseren Zeiten ausgesehen hat? In seiner Blüte war Konunsgard ein herrliches Land. Bevor sich der Zwergenkönig in seiner Besessenheit verlor. Wie konnte er das nur zulassen? Der Zwerg hat blind auf die Legende vertraut, ungeachtet jeglicher Konsequenzen. Dies ist das Ergebnis. Vertrauen ist ein Glücksspiel. Wie du gesagt hast, der Zwergenkönig verlor. Tja, er verlor. Und wir müssen mal gucken, wo wir hin müssen, um... das eine Ding hier noch freizuschalten. Ich glaube, wir müssen noch mal hier hoch. Ja, wisst ihr? Das für den Drachen oder gegen den Drachen oder wie auch immer. Denn irgendwo muss ja sowas sein. Mal gucken, ob wir... die Sache hier vorfinden, irgendwo. Das haben wir ja gemeistert gekriegt. Hier mussten wir runter. Hier konnten wir schnell lang rennen. Ich renne mal den Weg selber wieder runter. So, hier haben wir eins davon... aufgemacht. Ich glaube, der stand da, ne? Uns fehlt hier noch. Wo geht's da lang? Ach, da sind wir hergekommen. So, und das ist der Weg... hier unten lang. Da haben wir das eingesammelt. Genau. Hm. Da muss doch noch irgendwo... irgendwo... so ein komischer Schrein sein, damit wir... äh... das Ding da... verschwinden lassen können. Was bei dem Drachen... rumoxidiert. Hier drin haben wir nichts. Ne. Da kommt. Spring. 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 Du, äh... Vorsicht. Äh... So. Bist du durch, Junge? Natürlich nicht. Jetzt müssen wir doch mal warten. Ach, komm doch. Wo ist er denn? Oder ist das schon Respawn? Ja, okay. Was frage ich? Was frage ich? So, ich glaube, dass wir einen da drüben hatten und eine da. Wir gehen jetzt einfach mal den Weg... Wieder ein Stück zurück. Vielleicht? Haben wir hiermit dann die Möglichkeit... Nee, haben wir nicht. Jetzt steht er da. Wir müssen nochmal auf die rechte Seite gehen. Vielleicht haben wir da irgendwas übersehen. Wir dürften hier nicht so viel angegriffen werden. So, wir sind einmal von dort. Das ist dann nachher die Abkürzung. Das war nichts weiter. So. Wer sowas wie ein Schreien sieht, der schreit. Wir gehen doch mal den kompletten Weg lang. Nee, das sind nur Blumen. Ich dachte, das ist ein Kristall zum Anschießen. Da oben dreht sich das Ding noch. Okay, das ist nicht so wild. Was ist das da hinten? Äh, Busch. Okay. Hm. Da ist noch was, was wir hätten... Warte mal. Wir sind hier hochgeklettert gekommen, ne? Aber hier waren wir noch nicht. Und hier hat er das erste Mal gespielen. Und es fehlt noch ein so ein Runenteil. Wo, 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 wo. So, das hatten wir auch geklärt. Da sind wir auch schon durch. Da ist noch unser Teil. Oh. Hey. Wer seid ihr denn? Hm. Okay, da hinten ist schon mal... Okay. Das hätten wir. Und dann machen wir das hier ab. Zum Anker zurückkehren. Okay. Dann lohnt sich... Dann lohnt sich das Ganze mich auch. Ja, 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 ja. So, mein Freund. Oh ja, Entschuldigung. Du komm. Das ist der zweite von dreien, ne? Schuppe der Mächtigen. Hohe Bonus-Aktivierung-Chance auf einen Schub der Stärke und einen Gesundheitsschub, wenn Gratis Gesundheit auf ein kritisches Level fällt. Wow. Tja. Drachengefallen erledigt. Regensfeuer. Drachenbefreit. Zwei von drei. Sehr gut. Das läuft wie ein Länderspiel. Das ist sehr gut. So, runter hier. Und jetzt müssen wir hier wieder raus. Ähm, da lang. Glaube ich zumindest. Erstens da lang. Dann nach links. So. Oh. Bisschen verwinkelt hier, ne? Dann hier lang. Klingt wie ein Hubschrauber gerade. Ja. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Ja, dann haben wir, haben wir ja ein paar Sachen erledigt. Oh, wer bist du denn? Und warum bist du? Wir bist doch da lang, ne? Weil hier... War ja bloß die Sackgasse, genau. So, Junge, komm. Hm, hm, hm. Das hatten wir schon erledigt. Tja. Du bist das aufregend. Träfft mich beim Tempel und wir fangen sofort an. Ja. Hm. Oh, besser denn je. Weißt du, ich glaube, wir beide sind in den Jahren reifer geworden. Warum bist du dann wieder hier? Nur der frischen Luft wegen. Ehrlich, ich liebe meinen Bruder. Aber er stinkt wie ein Misthaufen. Hm. Okay. Das ist gut zu wissen, glaube ich jedenfalls. So, da ist er. So, wo müssen wir lang? Da nicht. Hier durch die Höhle, ne? Oh, ist das zockenduster. Wobei. Wir können ja hinspringen. Ähm. Ich möchte... Brox laden. Na komm, lass mich rein. Die Frage ist, ob wir hier... Was ist das da unten? Ich bin verwirrt. Es hieß doch immer, dass Frigg bei dir, Schmutter, ist. Klar, Frigg. Also, das ist mehr eine Art Kosename, weißt du? Er bedeutet Geliebte. So hat Odin Fräja nach der Hochzeit genannt. Anfangs aus echter Zuneigung. Glaube ich zumindest. Als die Sache unschön wurde, konnte er so die Wahrheit manipulieren. Wie das? Odin wollte nicht, dass Fräja eine Wahnengöttin in Asgard anerkennen bekam. Also wurde alles Gute, das sie erreicht hatte, Frigg zugeschrieben. Wie Baldurs Mutter zu sein. Genau. Fräja war Baldurs Mutter. Mimirs Geschichten. Frigg war also die ganze Zeit über Fräja. Baldurs Mutter, Odins Frau. Man kann sie sich nur schwer mit den Asengöttern vorstellen. Aber ich habe es jetzt mit eigenen Augen gesehen. Oh, ich mag diese ganzen Nebengeschichten und die Erklärung, die sich so nach und nach daraus ergeben. Tja. Dann wollen wir mal. Der Streit ja richtig. Naja, der Kleine jedenfalls. Den Großen erkennt man kaum hinter den Flusen, die er Bart nennt. Pff. Quatschkopf. Wir haben nie Materialien. Aber sie sind so seltsam. Wie braucht man eine Rüstung aus etwas so... So... Kehricht? Kehricht? Geh dich den feuchten Kehricht an. Betriebsgeheimnis. Wir haben unsere Methoden. Oh. Feuer des Ares. Schwerer Ruhenangriff. Ein Schmetterschlag, der eine feurige Welle aussendet. Was macht der? Hm. Klingt gut, klingt gut, oder? Wobei der... Äh... Äh... Brandt. Pass mal auf. Wir haben noch ein bisschen... Gut. Der Schaden ist höher. Brandt. 43 Abklingzeit. Ist nämlich auch ein bisschen besser. Das ist ein Bereich... Ja, das gucken wir uns mal an. Das ist also unsere Belohnung. Zwergengefallen erledigt. Gelobt seid der König. Ja, ähm... Dann gucken wir mal, was wir hier noch alles herstellen können. Wir können jetzt im Brocks königlichen Zwergenbrustschild... Und... Die sind alle schlechter hier. Sindris königlicher... Warum sind die so schlecht im Vergleich zu dem, was ich gerade anhabe? Ich weiß gar nicht, was ich gerade anhabe, muss ich ehrlich sagen. Was haben wir denn an Brustrüstung? Ähm... Die sieht man gar nicht, die ich anhabe. Oder ist das immer noch... Ne, die würden... Haben wir aber noch hier. Mythische Schultern... Äh... Rüstung der Klarheit. Ah, okay. Ähm... Ich darf natürlich nicht vergessen, dass wir ja die Runen... Ja... Komm bald mal wieder! Ja, ja. Komm, gib mir mal. Genau. Dass wir die Runen ja gar nicht haben, ne? Also... Vorsichtig. Guck mal hier. Warte mal. Wir haben... Wir machen mal die aktiv. Den... Rein von den... Okay, die Abklingzeit ist weniger, aber wir haben mehr Glück, wir haben mehr Abwehr und wir haben mehr Stärke. Und wenn wir dann die gleichen Attribute reinpacken dort... Uiuiuiuiui, warte mal. Ich brauche... Ich brauche einen Zettel, ich brauche einen Zettel. Moment, Moment. Ich brauche einen Zettel. Die ist meines Erachtens schon von Grund auf besser. Weil wir die mythische Schulterbezug auch gar nicht mehr aktualisieren können. Das heißt, wir brauchen wieder Ant-Varis-Seele. Robuste... Robuste... Reliquie... Ausdauer... Und Aure der Außenwelt. Und dadurch wären wir nämlich dann... Besser. So, das heißt, ich stelle mir die her. So, rüste die auch aus. Jetzt gucken wir mal. Die hätte uns nicht so viel gebracht, weil das ist eher auf Runen- und Abklingzeit getrimmt. Man sieht es ja auch, die hätte Runen- und Abklingzeit erhöht, aber Stärke und die Abwehr nicht. Das lassen wir da an der Stelle. Dann gehen wir nochmal einmal hier hin. Wir gehen hier hin, wir gehen hier hin und wir gehen hier hin. Und dann hatte ich gesagt, Zutaten... Zauberplatz... Da war Ant-Varis-Seele. Ah, hier sind sie. Und... Und... Warte mal, Auge der Außenwelt. Perfektes Auge der Welt. Nee, das ist nicht... Und dann haben wir hier noch gravierend des Trotzes. Nee. Des Schildes. Nee. Warte mal, die müssten wir uns nochmal angucken in Bezug hier. Ein bisschen Glück, aber Vitalität höher. Aber hier haben wir eine hohe Bonusaktivität auf Ergabe der Abwehr. Die behalte ich lieber, weil... Wer weiß, wann wir das mal brauchen. Und die hier... Auf einen Gesundheitsschub bei jeder erfolgreichen Ruden-Angriffstötung. Hm. Das muss auch erstmal irgendwie wieder reinkommen. So, dann gucken wir hier nochmal. Eine Armrüstung können wir wahrscheinlich nicht produzieren. Also auch kein Set. Doch, Schreie der Unten... Hm. Ruhnen nach unten. Ruhnen nach unten. Stärke auf 0. Das senkt die Stärke. Aber wir haben... Rudenhoch, Abwehrhoch. Vitalität war nur 9. Die hat natürlich hier... mehr Möglichkeiten. Hm. So, Stärke bleibt identisch. Bei Stärke 2. Runen sinkt dafür. Da müssten wir einfach eine Runen-Dings reinmachen. Vitalität sinkt auch. Vitalität sinkt bei beiden. Ich weiß nicht. Gibt es sowas wie ein Set oder so? Nee, ne? Was haben wir da? Offensiv ein Bonus auf Runenkraft und Stärke. Aber mehr auch nicht. Und hier haben wir erhöht die Zuwachsrate von Rage. Und hier 15% mehr Brandschaden. Ich glaube, ich fahre da lieber mit der... Äh, 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 mit der hier. Es wird kein Set geben, ne? Oder? Gibt es sowas wie ein Set? Ich weiß es nicht. Guck mal, das hier wäre ja wohl der Oberhammer. Gibt es sowas wie ein Set? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ah, komm. Wow. Jetzt, jetzt geht es aber los hier. Pass auf, da machen wir das gleiche Spielchen hier noch. Da geht es aber richtig in den Keller. Wir können bloß eins... Ach, Mensch. Mehr Frostschaden. Ach nee, es gibt kein... Guck mal, es gibt keins. Da steht nämlich drüben... Äh, äh... Rüsten Sie das gesamte Schwäden der Schwefelset... Okay. Das heißt, wir nehmen jetzt hier... Äh... Jetzt wollen wir mal kurz gucken. Wir nehmen jetzt hier hier Sindri. So, rüsten es aus. Und, äh... Verbessern... Hoffentlich die Brustrüstung. Können wir das? Ja. Asgarder Stahl brauchen wir dafür aber. Und hier auch Asgarder Stahl. Ähm... Wo bringt es uns das meiste? Ähm... Wir können nur eins vernünftig hochdrücken. Stärke 22. Da ist es 3. Pass auf, ich mach das hier. Insgesamt ist aber dann nur Stufe 5 unserer Ausrüstung. Richtig? Habe ich das richtig verstanden? So ein Klingenknauf. Wir haben derzeitig den hier. Auf eine Gabe der Stärke bei jeder erfolgreichen Tötung. Hier auf einen Gesundheitsschutz bei jeder erfolgreichen Tötung. Äh, ich glaube den sollten wir... Ausrüsten. Oder? Erhöht zwar die Abwehr. Aber die Vitalität sinkt. Ich glaube das ist schon die bessere Entscheidung. Talisman. Da gibt es keinen richtig besseren. Und selbst wenn wir den hier aktualisieren... Warte mal, 3 und 10. Abwehr würden wir reinkriegen. Und Vitalität kriegen wir auch rein. Ähm... Für zum Beispiel den Fragmentier auf Rührung zur Aktivierung. Was macht das Ding? Äh... Keine Ahnung was die macht. So, was haben wir noch? Chaoskling können wir nicht. Libertan-Axt können wir nicht. Und was kaufen? Können wir bloß den Zauber? Aber welchen? Die da unten. Okay, die wollen wir natürlich nicht haben. Ähm... Nein. Nein. Oh. Alles wunderbar. Dann rüsten wir uns jetzt hier noch aus. Wir müssen unsere Ausrüstung nämlich... Guck mal hier. Mit Zauberplätzen noch belegen. Ähm... Ich packe jetzt einfach... Äh, äh, Quatsch. Siehste, schon vorbei. Verdammt. Äh... Vitalität. Und Türsplitter. Den definitiv. Haben wir. Und hier... Mal gucken, wo sind die... Auge des Zorns. Ist der wirklich in dem anderen drin? Den hatte ich, ne? Nee, da ist gar nichts drin. Da auch nicht. Hm. Hm. Okay, dann kann ich mich jetzt hier frei austoben, wie es scheint. Perfektes Mal der Welt. Abklingzeit. Äh... Runen. Runen. Stärkeabwehr. Schuppe der Mächtigen. Das. Überlegenheit. Nein. Hier nochmal Runen und Vitalität. Oder... Ne, hier packen wir mal... Ähm... Wo ist denn das? Haben wir das nicht mehr? Runen. Das hier. Okay. Das sieht gut aus. Jetzt sind wir Stufe 6. Guck mal. Von der Ausrüstung her. Hier können wir nichts groß verbessern. Das ist auch gut. Ja. Ich würde mal sagen, sieht klasse aus. Und wir machen hier und der Stelle wieder einen Cut. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Auch wenn es hier zum Schluss eher so technisch zugeht. Aber wird ja auch benötigt, ne? Genau. Bis dahin. Euer Firefox.